wir sind jetzt am fuß des maundin jani mitten der plantage von kaffee plantage das kaffee plantage wir werden hier rein gehen dann von hier werden wir dann den tuchelep sehen können da gibt es einen kaffee da da steht auch schon eine beschreibung für den wasserfall das ist alles kaffee kaffee bäume die werden auch schon sehr hoch oder auch zum sind auch schon kakao oder kakao frucht hier die hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020